Ciao, sono Martina, ho 24 anni, sono una studentessa di design al sesto semestre alla European School of Design di Francoforte. Als ich nach Deutschland kam, wusste ich schon, dass ich etwas Kreatives studieren wollte, wusste ich aber nicht genau an welcher Universität ich das Studium machen sollte und nach einer langen Suche bin ich auf der Webseite der European School of Design gestoßen. Da hat mir sofort gut gefallen, dass man hier an vielen Praxisprojekten arbeitet und so habe ich auch auf jeden Fall gelernt, wie man im Kommunikationsbereich mit einer Aufgabe umgeht. Ich habe zwei Lieblingsprojekte aus dem vergangenen Semester. Das erste ist meine App VitaRent und ihre Handyhülle, die zur Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen dienen sollen. Die App steuert die Hülle und in dieser Hülle ist eine Rotlichttherapie eingebaut, die man überall unterwegs nutzen kann. Mein zweites Lieblingsprojekt ist der High IQ Kalender, das in dem Fach Konzeptionskalender entstanden ist und dieser Kalender informiert täglich über Hochbegabten mit einem Ohr IQ und die Mechanik des Kalenders simuliert den Informationsfluss des menschliches Gehirns. In der Zukunft sehe ich mich in einer ziemlich großen Agentur, in einer ziemlich großen Stadt mit internationalen Kunden und sehr coole Projekte. Adesso vado a lavorare. Ciao!